So, hallo, da bin ich wieder bei Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins oder 6 Golden Coins und ja, welches mache ich zuerst, das mit den Ameisen oder das mit diesen komischen Fliegelfiechern? Ich mache mal das mit den Ameisen. Wir sind hier nämlich noch in der Tree Zone. So, ach du Scheiße, was ist das denn hier? Okay, von was ist mein Abgang? Mh, nee, ich hätte da schon gerne dieses Fliegelgedöns. Ach du Scheiße. So, das Fliegelgedöns finde ich hier nämlich ein bisschen besser, muss ich sagen. Nein. So. Nein. Ach, du sollst hier hochspringen. Das sind jetzt, das sind jetzt, ich weiß es jetzt auch. Ähm. Wow, Alter. So, wo muss ich jetzt jetzt sehen? Wo muss ich jetzt jetzt sehen? Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, aber dieses, dieses Fliegelgedöns gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. So, dann einmal hier hoch, zack, zack. Was haben wir hier, ist irgendwas mit? Kann ich hier? Ah, okay. Verstehe, damit ich die Sachen alles schön einsammeln kann. So, das Ziel müsst ihr auch noch ein bisschen üben, Leute, so, so geht das nix. So, dann machen wir das Ganze mal nochmal von der anderen Seite hier. Oh, oh. Nein, ich bin... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, oh. Ich muss ganz schön zur anderen Seite fliegen. Lass mich gerade ein bisschen fallen. Verdammt, ich bin wieder eiskalt runtergesegelt. Und cool. Oh, nein, nein, nein. Die Steuer ist doch so ein bisschen tricky für mich. Oh, komm, jetzt aber. Na, die Dinger lassen sich fallen, das habe ich mir schon so gedacht. Ach, aber geil, das ist schon hier. Jawohl. Hm, easy going. So, komm, jetzt will ich hier mal was richtig geiles haben. Und zwar die drei Herzen, die drei Herzen. Jawohl. Puh. Die kann ich sehr gut gebrauchen. So, und wie versprochen mache ich zuerst noch dieses Lämmel hier. Oh, ne Raupe oder ein Wurmur, was das hier ist. Leu. Arschloch. Das wir bewaffnen. Uts, uts, uts. Alter. Was? Mach einen Abgang. Die sind immun. Puh. Alter. Diese Kack-Biester gehen mir auf die Nerven. So, ich gehe einfach mal ganz schnell weiter. Wow. So, sind wir diese, diese behinderten Viege-Viecher, aber nicht mit dem Blub. Nee, nicht mit dem Blub. So, was nehme ich? Das Mittel? Okay, das Mittel. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Na komm. Na komm. Plopp. Du, 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 du. Ja, easy go. Wie, ich gehe einfach nur durch, Washer. Oha, das muss ich bleiben. Nein, ich hätte den Noten gesagt. Ach, egal. Epic Fail. Aber ich denke mal, wir haben genug Zeit, um, ja, um hier alles mitzunehmen. Ich gebe zu, ich lasse, äh, ich lasse mir gerade ein bisschen Zeit in diesen Zusatzräumen hier, aber das macht gar nichts. Das will ich trotzdem schaffen. So, dann war das mal alles mit mir, so. So, mal ein bisschen Gas geben hier mit einem kleinen Megaschwung. Ähm. Was ist das hier? Auf jeden Fall Halbzeit. Kann ich hier runterspringen? Ich muss es mal lieber so. Na, haben wir geil noch so was. Ach, du scheiße, noch so einen Raum. Hä? So, dann muss ich mal ein bisschen Ruhe tritzen, damit ich nicht alles hier kriege. Na, komm. Gas. Hm. Da muss doch noch irgendwo... Ah, genau. So, Boss, ich komme. Zwölf Läden müsste eigentlich schon weichen. So, ich nehme mal den hier. Ja, nein. Nein, 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 nein. Oh. Habe ich das gerade abgebrochen? Man kann das abbrechen? Das wusste ich gar nicht. Ich hätte nämlich ganz am Ende wieder diesen normalen großen Pilz bekommen und hätte meine meine Feuerkraft verloren, aber ich habe es irgendwie abgebrochen. Das wusste ich gar nicht. So, und ich habe gehört, es geht jetzt dem Boss hier an den Kragen. Lol. Na, super. Wie ich sagen wollte, ich habe gehört, es geht dem Boss jetzt hier an den Kragen. Diesmal werde ich hier nicht runter segeln. So. Oh, die Kackeule. Ihr macht erstmal alle hier schönen Abgang. So, ich nehme hier alle lockerer mit. Abgang habe ich gesagt. So, du transportierst mich, habe ich gehört? Sehr gut. Du... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, chill hier, ja. Okay, mal gucken, was haben wir hier denn drunter? Sehr gut. Ach, du Scheiße. Ähm... So, Halbzeit geschafft. Das Blöde ist, ich habe jetzt nichts zum Feuer. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unnützig. Aber das macht gar nichts. Ähm... Verdammt. Als Ehe kann ich nicht, ähm... Moment, ich muss mich auch nochmal fallen lassen. So. Ich würde gerne da drunter... Ach, du Scheiße. Ach, das war es leck wie du im Arsch. Ähm... Nein, 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 nein. Och, nein, nein, nein. Ich habe nie aufgepasst, das gibt es nicht, ey. Das gibt es nicht. Das gibt es... Alter, warte, mach mich. Ich verarsche mir. Okay, Concentration. Concentration. So, verdammt. Dann muss ich von der anderen Seite ran. Nein. Alter. Was ist denn los hier heute? Alter. Ich... 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 Komm. Wisst ihr was? Ich lasse es. Irgendwie... Irgendwie... Habe ich gerade nichts hinlaufen. Ich... Ich lasse es. Ich überspringe es. So. Jetzt necken wir uns die Augen mal hier nacheinander weg. So. So, überspringe ich einfach mal gekommt. Ach, du Scheiße. Jetzt kommt er. Okay, Kollege. Komm her. Na, du? Okay, wie verhält er sich? Hä? Okay, verstehe. Okay. Nein. Oh, verdammt. Ah, das gibt's noch nicht. Nein. Alter. Das gibt's noch nicht. Nein. Ich muss den doch bestimmt so erwischen, oder? Ja, genau. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Okay, das muss natürlich ein paar Monate mal klappen. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Dieser Wichs. Na. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jawohl. Okay, jetzt hör ich hin. Hä? Jawohl. Und peo, da ist die erste Münze. Zack. So, und an dieser Flagge sieht man, dass wir dieses Level G schafft haben. Und ich würde mal sagen, wir gehen entgegen des Uhrzeigersinns und kümmern uns jetzt hier um dieses Unterwassermonster. Ähm, ich guck mal da auf die Uhr. Ja, komm, das Level geht noch. Komm, das ist Level, ja. Alter, ohne Spaß, was ist mit meinem Kopf aber los, ey? Erstmal leiser machen, ja. So. Und go. Mal gucken, was haben wir hier denn? Fische. Okay. Okay, lol. Hm. Das erste Level dürfte ja... Lol. Ähm, wie kann ich mich ducken? Ah, so ging das so. Boah. Okay. Oh, gib Gast, du scheiß Fisch. Ich habe in die Ewigkeit, ich muss ja ein Monster erlegen. So, wir haben die hier alle mit. Gingst du nicht auch irgendwie an der Oberfläche weiter? Ich meine mich da an etwas erinnern zu können. Dum, 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 dum. Oh, Leute, das sind ja jetzt viele Sachen. Die soll ich vielleicht nicht einfach so liegen lassen. Ach du. Alter. So, halte dich lasse ich mal schön durch. Kann ich mir nämlich die ganzen Sachen nehmen. Oh, da ist es nicht. Das muss ich mir holen. Jetzt bin ich endlich wieder hier. Feuer stark. So, du machst mal einen Abgang hier. Kann ich den eigentlich auch einfach abschießen? Ich glaube nicht. Komm, lass mal was helfen. Das machen wir safe. Hoch, verdammt. Ach, so eine scheiße Lutscher, die hier. Ganz ehrlich. Der hält uns nicht auf. So, Fanny hier. So, mal gucken, was kriegen wir denn hoffentlich? Die drei Herzen und die drei Herzen. Leben kann ich bei meinen Drop-and-Run-Skills immer gebrauchen. So, und ich glaube, an dieser Stelle mache ich mal wieder einen klitzekleinen Cut. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge die Turtle Zone abschließen können. Bis dann. Tschau. Tschau.